Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei Wetter.net. Früher geht es bei uns im Land etwas kühler geworden. Die kalten Luftmassen sind zu uns gekommen, das sehen wir hier an den blauen Farben. Aber sie bleiben nicht lange, denn in den kommenden Stunden und Tagen, da wird aus Westen wieder sehr viel milde Luft zu uns herangeführt. Ja und diese milde Luft bestimmt dann mit viel Regen und Sturm auch den Jahreswechsel und den Start ins neue Jahr. Aber heute bleibt es zunächst noch kühl bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Ja und das Westen, da ziehen Schneefälle auf. Die bringen vor allen Dingen oberhalb von 200 bis 300 Metern am Nachmittag Verkehrsbehinderung. Später breitet sich der Schneefall weiter aus Richtung Osten und Richtung Südosten. Aber es bleibt nicht lange bei Schnee, denn dahinter wird es sofort wieder milder. Die Temperaturen liegen am Samstag dann schon wieder bei 7 bis satten 14 Grad, also fast schon frühlingshaft. Es gibt viele Wolken, jede Menge Wind, teilweise auch Sturmböen und immer wieder Regen. Ähnlich bleibt es auch am Silvestertag. Es ist wechselhaft, es ist windig und nass. Die Temperaturen erreichen sogar bis zu 15 Grad im Schatten. Das heißt, wir erreichen wirklich schon frühlingshafte Werte. Ja und die ersten Pollen von Erle und Hasel sind auch schon wieder unterwegs aufgrund der hohen Temperaturen. Auch der Neujahrstag bleibt eher wechselhaft. Es gibt viele Wolken, immer wieder Regen. Mit 3 bis 9 Grad wird es etwas kälter. Wie geht es weiter in der ersten Januarwoche? Nun, es gibt keine große Wetteränderung. Der Winter ist weit und breit nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, zum Donnerstag hin könnte es nochmal wärmer werden bei 6 bis 14 Grad. An allen Tagen gibt es viele Wolken, nur ganz wenig Sonnenschein und immer wieder fällt Regen. Und der Regen kann lokal kräftig ausfallen. Ja und stellenweise müssen wir mit Hochwasser rechnen. Wo genau die stärksten Windgeschwindigkeiten bzw. Sturmböen auftreten werden, das ist heute noch relativ unsicher. Es steht nur eine sehr nasse und sehr stürmische Woche bevor. Mit diesen doch sehr wechselhaften und eher bescheidenen Aussichten wünsche ich Ihnen ein schönes neues Jahr 2018. Tschüss, bis bald.